Ich löse hier den Fall jetzt! Wir sind heute in einer 13er Lobby unterwegs, der einfach wollte es so ergeben hat, so neu dazu in Anführungsstrichen sind Pia und Grant, die wir länger nicht mitgemacht haben, von den Einstellungen... Also, ich hab da was Verdächtiges, ich bin da was auf der Schnur, die Ziergruppe wurde ausgelöscht. Warum bist du mir nachgelaufen, Dalu? Weil ich war alleine im Cockpit, die Tür ging zu, Camouflage ging an und auf einmal bist du im Cockpit. Also eigentlich warst du nicht alleine im Cockpit, ich war vor dir dort und habe mir auf der Karte angeguckt, wie die Karte aussieht, wollte ich mich nicht mehr erinnern. Das ist ne gute Ausrede. Ja, die sind uns entgegengelaufen, wie jetzt Camouflage ging. Also, ich hab da ne Frage, wer war denn gerade alles in Records? Äh, im Archiv meinst du, da war ich oben? Ja, genau. Und Items war da nämlich auch, deswegen... Ja... Und ich glaube Nephi, ne? Äh, ne, in Recordsby nicht, ich bin links. Nephi war in der Waffenkammer. Ich glaube, er hat recht. Und ich glaube, Vex war auch in der Waffenkammer. Ja, genau. Und ich dachte, Vex hätte eben so ein Messer in der Hand gehabt. Ich bin mir nicht sicher. Nein, ich hab nur meine... Mein Klopapier. Zahlenbürste. Also... Also, Maxi ist im Billardtischraum, also rechts von Records. Und ich denke nur, Items dürfte auch irgendwo in der Nähe liegen. Ich möchte nur kurz nochmal einwerfen, dass die Leute, die im Poster sind, sich im Klaren sind, dass Jakarta und Sidekick hundertprozentig mit dabei ist. Was war Sidekick nochmal? Äh, der zweite Böse, der aber nicht killen kann. Also der Kollege vom Jakar. Der kann aber noch nicht killen. Der kann erst killen, wenn der Jakar stirbt, ne? Ja, genau. Okay. Vier Leute, die diesen Kill nicht gemacht haben können. Dann können Vex auch der Jakar sein. Also ich und Dalu können es tatsächlich nicht gemacht haben. Auch Vier? Vier und Dalu und Julie und ich kann es nicht gewinnen. Ja, Moment. Ich bin mir immer noch... Ich glaube nicht, dass sie vorher im Cockpit war. Ich war vorher im Cockpit. Hä? Also, ihr könnt mich gerne rausnehmen. Wo soll ich denn das gewesen sein? Ja, selbst wenn... Ja? Vom Vault gewendet? Hä? Nee, Vault waren wir vorher drin. Ach, Mann. Ich bin Detective. Was seid ihr hier? Ihr habt hier gar nichts zu sagen. Die beiden Käse sind nach. Du bist offensichtlich der Kamu. Ich löse hier den Fall jetzt. Also es muss ein ganz frischer Kehl gewesen sein. Wie kamst du von oben aus? Bei mir lag das unfassbar bei Kamu. Olla war's. Deswegen kann ich nicht mehr sagen, wo ich bin da. So, was ich sagen wollte. Erstmal wunderschönen guten Tag, guten Abend an alle. Ich danke euch, dass ihr wieder eingeschalten habt zu Among Us. Freut mich wirklich sehr. Äh. Ich hab... Ach, Mann. Ich wollte das Datum nachgucken letztens, wann wir mit Among Us angefangen haben. Spielen wir Among Us mittlerweile über ein Jahr? Ich glaube schon, oder? Mittlerweile müsste Among Us über ein Jahr alt sein. Oh, schade. Bam, bam, bam. Und, äh, ja. Ja, wie gesagt, deswegen ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr... Vielleicht die wenigsten von euch, aber vielleicht der ein oder andere, auch seit über einem Jahr schon die Among Us und... Hey, Among Us zum, zum Release und so der Anfang von Among Us war... Ah, das war so nice, das war so aufregend, es hat so viel Spaß gemacht. Nicht, dass es jetzt keinen Spaß mehr macht, aber aufregend, äh, und, äh, war es am Anfang. Also... Puh, da war das sehr, sehr ernst, seriös, ja. Mittlerweile machen wir ja sehr, sehr viel Quatschrunden. Oh nein! War, glaube ich, vor Camo oder gerade in Camo tot? Keine Ahnung. Leckt das bei euch nicht so krass so ein Camo hin? Nee. Ja, bei mir auch. Okay, alles klar. Ja, vielleicht solltest du nicht so oft Camo drücken, Livi, wenn's bei dir so leckt. Nee, nee, äh, sie liegt im Cockpit. Nee, wie kann ich dafür rausnehmen? Kann ich dafür rausnehmen? Kann ich dafür rausnehmen, glaube ich. Ich kann wegs auch rausnehmen dafür. Ich kann... Also ich bin... Ich bin an... 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 War das vor Camo? Es war gerade in... Gerade Camo angegangen. Gerade angegangen, ne? Ja, ich glaube. mir ist irgendjemand an dem schleusenzimmer entgegengekommen das ist ein schleusenzimmer das wo die ganz vielen türen sind die wir trägen keine schuhe oder was im cockpit ist doch ganz links oder ja das aber auch drei türen ich rede von dem schleusending wo der ganze strom ist oder hinten aus dem frachtraum nach links läuft so war bei den schleusentüren ist mir aber ich weiß ja nicht mehr wer das war die wir welche schuhe größe hast du grenz hier und verfolgt überprüfen ob die zu dir gehört ich habe ich dabei nicht gesehen also grenz wer grenz hier mit grenz und pia rausnehmen die habe ich nicht gesehen die hat in uns gestanden grenz von blauen die julien kannst du rausnehmen und knechte auch julie ausgenommen hast du die auch gesehen hast du dir auch gesehen ja die beiden imposter würden auch sagen sie haben sich ja auch noch jemand im erzigen natürlich aber dann noch in der kamo alles kann ich nix killen weil mir alles lecker ich glaube ich habe gerade aus versehen für mich selbst gewollt hat gut ich rauche ich noch nicht das ist eigentlich ziemlich verdächtig von gipi finde ich also wenn du alles glaubt was im meeting gesagt wird dann bleibt am ende natürlich einer über so aber die bösen lügen ja auch das macht doch absolut gar keinen sinn glaubt kannst ja nicht glauben was die leute alles im meeting sagen da wird nur quatsch erzählt so frauen war knechte knechte oder ich hat gipi gesagt aber kann hier alles bedeuten schulie schon wieder julie wird auch immer medic ist mir jetzt mal aufgefallen julie wird viel zu auf medic hier wuseln aber alle ein bisschen rum was macht denn jetzt unser tracker was macht denn jetzt unser tracker boah oh oh hallo ich habe kind 1 gefunden ich habe mörder 1 gefunden oh hä ja ist gerade auch gott sei dank als teufelchen verkleidet und nicht als engelchen er macht das einfache wo ist die leiche denn bin mir keiner schuld bewusst nur weil ich den müll rausgebracht habe ja hä der mülleimer steht doch neben dem wend hast du gerade Zeitwort als müll bezeichnet hallo boah schmutz 1 also die leiche liegt oben links oder am alarm so ungefähr ne oder so wie ja ja da kam ja aber ich habe was rumpeln gehört in den schächten und dann kam es mir auch entgegen ah da ging mir auch mein tracker dorthin da wurde eine garung und es gab gelegt weil er wie eine boobie aussieht weil er wächst sich an seinen skins orientiert also julie ist nicht lange tot 2-3 sekunden danach bin ich den spuren hinterher gelaufen und auf einmal da kommen mir fußabdrücke vom wend entgegen knechte ich habe ihn nach oben getrackt also ich habe ihn nicht gesehen ich weiß es nicht ich bin auch überfreundet ich glaube er hat gerade gelegt was war das gerade jetzt kann ich ja meine gabe wirklich preis geben ich bin der seher und holy shit sehe ich viel blau könnt ihr mal ein bisschen runter kommen bitte hm 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 was war das denn ein früherer kill also war der jetzt nein das ist 2-3 sekunden julie war medic ich bin nicht alt gewesen warum ist knechte jetzt weggestrichen knechte ist bad guesser gewesen und hat entweder vex auf tracker oder mich auf detective gegessen aber ich bin tracker und vex ist sehr oh yeah ah ok wahrscheinlich ist das auch gelogen alles nach platt verlaufen halt falsch ich bin ich hab oh mein gott also mit dalu among us spielen war schon ohne die rollen anstrengend ich komme gar nicht mehr auf mein leben klar aber danke vex dass du das mit dem tracker übernommen hast das war voll gut kein problem das war voll passend bad guesser ist ja langweilig ich wollte ihn rausvoten ja meine rolle gebe ich natürlich nie preis ach man warum muss er bad guesser gewesen sein das wäre sau geil wenn ne andere wenn sein kollege bad guesser gewesen wäre das wäre ein träumchen ey also ich sag's jetzt nicht aber wenn ich mich nicht täusche müsste die andere person pia gewesen sein ähm als sie in cockpit war ist sie mir gezielt hinterher gerannt eigentlich äh ich denke ich denke ich hatte einfach nur glück gehabt mit äh mit äh dem schild wäre natürlich absolut in zähn gewesen wenn erst du die gekillt worden wäre und dann direkt ich das wäre super krass also wenn ich denke wenn ich mich davon entferne wo immer wenn das angeht müsste doch eigentlich gekillt werden oder oder der jackal noch der jackal den darf man nicht vergessen ne viel lief der hater der der macht ne runde der wird viel gelaufen er wird einfach sehr viel gelaufen muss man sagen was ist mit dem was ist mit dem jackal wenn du jederzeit noch leider der auch jetzt aber was ist denn jetzt los hallo ich dachte ich wollte mit euch mal reden ich dachte jetzt sind alle tot aber irgendwie sind nicht alle tot Ich dachte, Grants würde mich umbringen. Das dachte ich gerade auch. Ich glaube, Pia ist in den Wend gehüpft gerade. Also ich habe auch, im Cockpit ist irgendwas kurz aus dem Wend gekommen. Deswegen habe ich da rumgetanzt. Ich bin jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt oben beim Emergency-Button und die Person, die den Emergency-Button gedrückt hat, Holla, müsste mich sehen, weil ich gegenüber von ihr bin. Das war irgendwann mitten in der Runde, aber ich weiß nicht, wer es war. Achso, du bist gegenüber von mir und ich bin gegenüber von dir. Das heißt, sie ist, glaube ich, nach oben gewendet und ist dann hochgerannt. Ich war zu zweit drinnen und ich hatte ihn nicht vorhin gesehen, ja. Und dann hatten wir Camouflage. Das war für mich, solltest du mich normalerweise nicht sehen. Natürlich. Ja, stimmt. Ja, guck, dann hat sie es doch gekollt jetzt. Wir waren beide ganz rechts in der Ecke drinnen. Raus mit, ich war mit Pia. Aber wir haben mich schon sehr oft kennen können, hat das nicht getan. Richtig halt auch immer noch Grants, weil Grants... Nein, ich habe mit Divi getanzt. Aber warum bist du die ganze Zeit da? Beim ersten Camo bin ich mit Grants im Vault gewesen. Bin raus. Ich habe mich mal kurz genutzt. Pia hat eine komplette Runde gedreht und keine Task gemacht. Aber es müsste Pia sein. Wie kann ich das machen, um sie so ein bisschen anzustacheln, ohne dass sie es ernst macht? Ich habe Pia da gesehen. Ja, komm, also ich denke, wir könnten es riskieren, jetzt einfach mal Pia zu schmeißen, oder? Let's go. Also ich glaube nicht. Ja, doch. Nein, 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 nein. Was war sie? Die ist ja keiner gestorben. Pia kann doch eh fliegen. Pia ist nicht gewinnt. Das wollte ich auch gerade sagen. Also ich finde es ein bisschen heavy, dass ich gerade rausgevoischt werde, weil ich mit Holla oben stand, Holla mich nicht gesehen hat, als wir uns gewinnt haben. Nein, ach, wer es gibt, macht sich mitverantwortlich. Divi, es war nicht Pia, die selber wendet ist. Okay, ja, ich habe es wie gesagt nicht gesehen. Nice, Leute. Ich dachte, hier will jemand swappen. Geht nur auf mich eigentlich, ihr Haters. Das war ich. Ich dachte, er will swappen. Ich habe gesagt, es grins. Das bittere. Oh, oh. Oh, sorry. Scheiße, wie am Faden. Gut. Wir sind eh gleich mit den Tasks, der ist ja nicht so wild. Knechti war es ziemlich sicher. Der wird Dingens gekillt haben und ist dann runtergefallen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich. Das war eigentlich ziemlich clean. Wäre schon lustiger, wenn Pia es gewesen wäre. Dürften aber nicht mehr viele Tasks fingen, glaube ich. Wer könnte es wirklich sein? Mach doch mal jetzt. Vielleicht ist es wirklich einfach Grans, der noch ein bisschen was loswerden wollte. Also, er hätte das ja angefangen. Ich hatte zwei relativ viele Guitars noch über. Was ist denn da los? Das ist mein Ende. Hallo Vex. Ja, gut. Also, es wird noch sabotiert. Wer von denen, die noch leben, traut sich denn nicht zu killen? Bin ich böse? Ich bin Shrekker. Also, es will noch einer... Es will noch einer Heckmeck machen, aber es killt keiner. Der Jackal hält sich wahrscheinlich zurück, weil er denkt... Es lebt noch ein Imposter. Obwohl, da darf er nicht von ausgehen. Also, es ist ein Imposter. Es muss Grants gewesen sein. Echt? Ich hätte Divi gesagt. Oh, es war wohl Divi. Holla ist hochgeklettert, Divi ist runtergekommen, Holla ist tot. Ich war oben am Dingens, über dem Gap Room. Wie über dem Gap Room bist du oben? Ich bin da safe alleine gewesen. Wie lange ist der Tod schon tot? Bist du oben beim... Da, wo man den Vote auch callen kann. Ich hab gerade hier ein blaues Licht gesehen. Da bin ich rechts. Moment, wo bist du Grants? Du bist nicht am Button, sondern rechts rübergefahren. Dann muss es Divi sein. Das Problem ist, Grants, Dalu und Grants sind zusammen böse und Divi ist böse. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Knecht die Böse war. Also der hat Judy gekillt. Dann war ich mir ziemlich... Ich war mir wirklich ziemlich sicher, dass Pia böse war, weil ich bin Tracker und Pia hat komplett eine absolute Rundtour um die Map gemacht. Die hat keine einen Task gemacht. Die ist komplett Sightseeing mäßig durchs ganze Schiff gelaufen. Und ich glaube auch am Anfang wirklich, dass sie nicht bei mir im Dingens war. Dann sind es für mich die Böse auf Divi. Also und jetzt, Holla ist hochgeklettert, Divi kam runter, ich kletter hoch, Holla ist oben tot. Divi war aber gar nicht oben, oder? Ja, die ist untergekommen. Dann muss das Gipfel als verkleidet gewesen sein. Ich habe gerade im Laufe nicht gesehen. Divi habe ich oben nicht gesehen, auf jeden Fall. Und dachte deswegen, dass Grants jemand gekillt haben könnte. Hax, Max, lass uns auf Grants gehen. Ich glaube, Darno und Grants sind zusammen und Divi... Was? Ich bin überhaupt safe. Auf mich war noch nie ein Verdacht. Divi killt und Gipi protectet Divi und will, dass wir Grants rausschmeißen. Nein, nein, ich sage, dass Divi auch böse ist. Das Ding ist, dass wir Grants rausschmeißen. Nein, ich habe gesagt, dass ich Divi da oben nicht gesehen habe. Ich sage, wir werfen Grants raus. Ich glaube, Gipi hat sich verkleidet als Divi. Nein. Ich würde Divi nehmen. Ich bin Angie und das ist das, was ihr eben gesehen habt. Ihr habt gesehen, dass es blau ist in dem Vent. Und Divi ist zum Vent gelaufen, Grants ist zum Vent gelaufen. Gibt mir einen Grund, dass du richtig verkaufst. Ich bin Tracker. Habe ich dir am Anfang gesagt? Ja, ich weiß. Ich bin die ganze Zeit im Kompeten, weil da ständig jemand aus dem Venten kommt. Also Divi war ich bei mir, Leute, das war ein Gipi. Nein. Nee. Ich habe auf Gipi gemacht. Nach Grants, geh mit auf Divi nächste Mal. Vex, mach mal bitte deine Aufgaben. Mache ich jetzt sofort. Gipi choked wieder rein. Nein. Vex, komm schon. Es ist schwierig als Mummi, okay? So viele Böse kann es doch gar nicht mehr geben. Dann muss einer falsch gewesen sein. Nein, es stirbt hier gar keiner. Holle war der erste Tod. Hier ist absolut gar keiner. Hier ist ein Böser noch. Ein Jackal hat es also auch schon zerrissen. Das ist ein Jackal, der hier noch spielt. Hier ist nur noch ein, hier ist nur noch ein Jackal. Oder ein Boster halt. Also ein Böser, sagen wir es so. Hier lasse ich eigentlich zu. Ich habe ja nichts zu suchen hier. Dürfte nur eine Person böse sein. Divi kam hier runtergerutscht. Divi kam hier runtergerutscht. Ich kletter hoch. Okay, das ist Friends. Und wieder kommst, damit die Tasks nicht gemacht werden. Ich kenne die Tasks nicht mehr. Wex, wer jagt mich oben die ganze Zeit um den Tisch. Leute, es wird keiner sterben, wir haben nur einen Bösen. Nein, Wex jagt mich oben die ganze Zeit. Und wer macht hier keine Task? Wir haben eine Task. Wex, du machst diese Scheiße. Leute, Wex jagt mich oben um den Tisch die ganze Zeit. Und jetzt hat er schnell das Ding gemacht. Wex hat mich töten können. Ich glaube immer noch, hat einer von den Lebenden noch... Ich habe eine Task. Nein, ich habe übrigens gerade... Wex hat keine Task, der jagt mich die ganze Zeit oben. Wex hat nicht gejagt. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, aber... Du hast mich jetzt gerade im Wend gesehen? Hm, am Anfang der Runde, in Records. Ich habe doch gesagt, Wex hat sich als Stevie verkleidet. In Records? Wir könnten Wex rausschmeißen. Nein, 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 nein. Ich... Oh, man. Wex, es liegt nur an dir, dass wir hier nicht gewinnen, weil du deine Task. Warte, bist du dir sicher mit Wex? Ich dachte, ich sterbe. Wex ist Crewmate, aber er macht nichts. Ja, aber warum jagt er mich die ganze Zeit um den Tisch? Wex macht einfach Wex Sachen. Mann, Wex mach einfach diese Scheiß-Tasks. Und ich glaube auch, dass Dalu ein Böses, weil Dalu hat Coms ausgemacht. Warten wir jetzt Gibi? Ich habe nicht Coms ausgemacht. Ich habe Coms gerade wieder verriert. Wex, hast du auf Gibi gevotet? Und Dalu stand auch gut neben mir, er hätte mich killen können. Ich habe Divi gevotet. Ja, da geht mit. Warum? Nein, er hat Gibi gevotet, Leute. Er hat... Grants geht jetzt auf Divi. Nein. Divi, du Grants... Vote dich bitte selbst. Wex mit den drei Votes auf Gibi jetzt. Tschüssi. Nein. Ach nee, ich habe wieder... Warum... Wer wohnt denn auf mich jetzt aus? Ich habe auf mich gevotet, Gott sei Dank. Wer hat denn mich auf Gibi? Ich habe auf mich gevotet. Du schießt mich vor Grants, bitte. Warte, bist du tot. Mann. Wex, mach bitte die Tasks. Zieh dich einfach in die Länge. Ich will ja, aber die Grants will mich töten. Warum? Schon mal. Schon wieder. Ich beobachte ihn. Beim Tasks machen. Willst du mich verarschen? Ach Mann. Wir werden es nicht gewinnen. Gut, wir können es nicht schaffen. Was ist denn jetzt los? Ey, das wurde auch fein weg. Was war denn da los? Hey, Aldi, wir werden mehr Taster angezeigt, als ich machen kann. Ja, das ist, aber du machst doch nur die, die du noch brauchst. Also, die Pfeile werden angezeigt, wenn du während der Coms aus bist. Ja, das ist genau wegen Coms oder Camo oder so. So, wer war es jetzt? Ich möchte mich offiziell entschuldigen, Knechti. Ich war komplett nutzlos. Divi war Dracal, nein, Einzels war... Einzels war Dracal, als erstes tot. Ich hab den Kill an Maxi gemacht. Ich war am Anfang Spy. Und Knechti weggeböllert. Und Dalo hatte recht, Knechti hat am Anfang mich gekillt. Ja, du bist oben links gestorben. Ich wusste ja, wann du tot bist, weil du ja Medic warst. Ich hab mein Schild verloren und Knechti kommt dann genau da oben aus dem Raum. Aber honestly, Dalo, ich bin wirklich nicht in das Zimmer gewandert. Ja, Pia, das glaube ich dir ja noch, aber ich hatte mich danach getrackt. Ähm, und du bist einfach über die Map gelaufen die ganze Zeit. Alter, ich hab einen Puls von 300, also ich muss mich töten, oh mein Gott. Und es passiert nichts, Pia läuft und läuft und auf Lifelines alle am Leben.